Stereo Trader. Powered by FX Flat. Der Stereo Trader Day 2018. Live in Köln. Vorträge, Erfahrungsaustausch, Weiterbildung. Präsentiert von FX Flat. Diese Zone drumherum, diese Value Area, heißt für mich, der Markt ist im Gleichgewicht. Und jetzt, was ist der wichtigste Preis? Das Opening ist der wichtigste Preis des Tages, weil er zeigt, ob der Markt im Gleichgewicht ist oder nicht. Was haben wir manchmal? S&P-Kurse morgens. Da denkst du, boah, hier, die amerikanische Wirtschaft, die ist tot. 15.30 Uhr, der Ami macht auf, klick. Denkst du, na, so schlimm war es gar nicht. Ich habe halt damals zum Beispiel halt viel den DAX gehandelt. Und der DAX macht ja nun mal so komische Bewegungen. Ich habe gedacht, das muss doch auch irgendwie, sollte doch eine Plattform auch in der Lage sein, sich auf den Markt einzustellen. Das habe ich aber alles irgendwie nicht gefunden. Da habe ich gedacht, das muss doch irgendwie möglich sein, dass ich halt eine Maschine halt irgendwie habe, die in der Lage ist, sich in der Geschwindigkeit eben auch auf den Markt einzustellen und zu reagieren. Und das war halt tatsächlich der Anfang, wo ich sage, okay, ich setze mich hin und mache das selber. Der Stereotrader ist wirklich auf Händler speziell zugeschnitten, dass sie ihre Strategien effizient umsetzen können. Und das Besondere für mich ist daran, dass halt in der Erweiterung des Metatraders 4, beziehungsweise jetzt auch schon Metatrader 5, die Möglichkeit besteht, auch über den sogenannten Estimator halt Backtesting zu machen, zu überprüfen, bevor ich in einen Handel einsteige, ob das, was ich vorhabe, aus der Vergangenheit betrachtet, überhaupt erfolgversprechend ist. Der wichtigste Punkt ist die Limit Pullback, die mir den Take Profit ersetzt. Das heißt, ich brauche nicht mehr mit einem Take Profit arbeiten, sondern ich arbeite mit der Limit Pullback, die meine, die gleiche Wirkung hat, nur, dass ich meine Gewinne viel weiter strecken kann. Es gibt immer diesen Leitspruch, Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen. Und das Ding übernimmt diese Aufgabe für mich perfekt automatisch. Der Stereotrader allein funktioniert ja nur dann vernünftig, wenn auch ein vernünftiger Broker dahinter steht. Und bei FX Flat ist es halt ganz einfach der Fall, ich weiß halt einfach, bei FX Flat kriege ich eine vernünftige Ausführung, die der Stereotrader zum Beispiel auch trackt. FX Flat ist einer der von mir überprüften, und das kann man auch Gott sei Dank mit einem Stereotrader machen, Brokern, die wirklich im Kundensinn handeln, die nicht versuchen, dem Kunden Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern die wirklich in ordentlicher Art und Weise eben ein Marktmodell zur Verfügung stellen, was es einem erlaubt, trotzdem CFDs schwierig zu treten sind, Geld zu verdienen. Sie haben Interesse am Stereotrader? Dann informieren Sie sich jetzt über die nächsten Veranstaltungen bei FX Flat. Professionelles Brokerage Ihre FX Flat Wertpapierhandelsbank Die Handelsbank Die Handelsbank Die Handelsbank